Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen. Und in diesem Video geht es um die GOB, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, und zwar die GOB der Dokumentation. Es gibt auch noch GOB der Bewertung. Und bei den GOB der Dokumentation gibt es vor allem vier Wesentliche. Einmal K und Ü. Das heißt, die Dokumentation der Geschäftsvorfälle, die Buchführung, die Buchhaltung muss klar und übersichtlich sein. Klarheit und Übersichtlichkeit ist also das erste grundsätzliche Prinzip. Das zweite ist V wie vollständig. Alle Geschäftsvorfälle müssen erfasst sein. Dann das dritte, vielleicht das wichtigste, keine Buchung ohne Beleg. Notfalls muss man einen Eigenbeleg erzeugen. Keine Buchung ohne Beleg. Also Rechnungen sind Belege, zum Beispiel Tankquittungen sind Belege, keine Buchung ohne Beleg. Und das vierte sind die Aufbewahrungsfristen, die man beachten muss. Die sind zehn Jahre. Zehn Jahre lang muss man seine Belege, seine Buchhaltung aufheben. Das sind die Grundsätze Ordnungsmässiger Buchführung, soweit sie die Dokumentation betreffen. Wie gesagt, es gibt auch noch GOB der Bewertung. Ja, wenn Ihnen leichtes und schnelles Lernen gefällt, wenn Sie das interessiert, schauen Sie mal unter spaßlerndenk-shop.de. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.